So, hallo zurück zu Terminator. Wir sind ja noch mit den zwei hübschen Damen unterwegs. Es kommen bestimmt noch ein paar Endos oder T600er. Die mit der Gummihaut. Das hat ja auch Kyrie's in Terminator 1 erzählt, dass die 600er Serie eine Gummihaut hatte und die die deshalb gut erkannt haben. Aber die 800er sehen ganz genauso aus wie Menschen. Und das ist das Schlimme dran. Oh, ich hasse es. Oh, schon wieder. Schon wieder diese scheiß Viecher. Oh. Die immer mit ihren Blöden. Lass mich allein. Null. Null. Ah, verflucht. Warum kann ich jetzt nicht mehr zielen? Oh. Toll, ich hab gar nichts mehr. Toll, ich hab gar nichts mehr. Okay. Oh. 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 Oh, Mann. Bewegt sich so viel hin und her. Oh. Stay away from me. Stay away from me. Mist. Oh Mann. Diese ständige Hin und Her, das nervt mich. Das frage ich mich gerade auch. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Na bitte, geht doch. Muss ja irgendwann mal aufhören. Oh, ich hasse diese Spinnen da. Diese T7er oder was das für welche sind. Das ist doch Los Angeles, der Turm da. Das Hochhaus. Aha, von wegen. Eigentlich hätte das mit einfach weggesprengt werden müssen bei der Explosion. Eigentlich bei den heutigen Atomwaffen, da hätte ich von der Erde eigentlich nicht mal ein Krümel übrig bleiben dürfen. Oh, so schöne viele Waffen wieder. Die nervt die Alte. Ja, blieb mir die Alte. Ach, großer Gott. Schon wieder so ein Riesenvieh. Ja, toll. Ist es wieder weg? Schönen Sieg. Schönen Sieg. Schönen Sieg. Schönen Sieg. Schönen Sieg. Oh. Wo sind sie denn? Ne, die nicht. Wo ist denn das Riesenvieh? Wie komme ich denn eigentlich da hoch? Ach so. Oh, das war die falsche Waffe. Hey John, did you hear that? To the left, to the left. Mann. Oh Mann, warum fliege ich das jedes Mal gleich weg? Wie soll ich das denn bitte schön treffen? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist es? Oh nein, wo ist es? Was ich sehr lobe, ist die Musik. Die Terminator-Musik im Hintergrund? Was ist denn noch weiter hoch, oder was? Oh Mann. Da ist der H.K. Yes! So muss das sein. Ich glaube, das stimmt. Also ich habe gehört, dass eher Taxis benutzt werden, was in der Zeit jetzt natürlich nicht möglich ist, aber jetzt, ich meine, jetzt in unserer Welt. Und das fand ich jetzt schon ziemlich cool, dass wir schon die 600er Serie eingebracht haben. Die 800er, das ist ja dann Arnold Schwarzenegger, seine Figur. Ich bin mal gespannt, ob wir den sehen. Oh, ja. Wow, gleich zwei auf einmal. Ich will mal gucken, was hier hinten lag. Nee, will ich da auch gar nicht. Okay. So. Jetzt können wir weiter rennen. Ich schätze mal, dass ich hier lang muss. Das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Ich kann mich nicht dringen. Ich kann mich nicht dringen. Oh, ja. Tja. Oh. Oh. Das war. Ja. Was ist der Kuss. Das ist ja so klar. Oh, ja. Das ist das. Was ist das? Oh, ja. Oh, ja. Oh, nein! Nein, das will ich doch jetzt gar nicht... Oh, Mann! Ja, wo müssen wir denn überhaupt hin? Hier hoch? Nee, da ist nur Munition. Also müssen wir dort weiter. Was sonst? Ach du Scheiße. Nein! Ich wollte eigentlich schießen. Oh! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. schon wieder gesehen. Hm, ja. Auch du mit deiner scheiß Nachladerei, ey. Das ist zum Kotzen. Oh, nee. Ist nicht irgendwann mal gut? Oh, nee. Ach, sag mal. Ja, toll. Oh, kann ich hier auch noch woanders lang eigentlich? Ich glaube nicht. Ach, Mann. Auch das kotzt mich an. Ein Schuss und gleich wieder weg. Da könnte ich ausrasten. Nicht schon wieder. Ach, Mann. Ich kann diese scheiß Viecher nicht mehr sehen. Oh, nein. Würdet ihr die bitte mal erschießen von hinten? Oder ist das mal wieder zu viel verlangt? Na also. Wurde ja auch Zeit. Meine Fresse. Gut, wir machen auch jetzt im nächsten Part weiter. Aber diese Krabbelvieh, die geht mir so was von auf den Zeiger. Das glaubt ihr nicht. Ja, ich bin ich. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Vielen Dank.